Hallo, ich bin Michael Tescari, das ist mein Mountainbike und das ist mein erstes Mountainbike-Video. Jetzt bin ich hier schon im Wald, das ist wirklich klasse, dass die Stadt in den Wald hier so in den Wald übergeht bzw. der Wald in einer Stadt dran ist. Und hier geht es auch schon gleich auf einen schönen Wurzeltrail. Gleich, das ist er noch nicht. Oh, das ist der Wahnsinn. Für diejenigen, die es interessiert, dass wir aus München und immer noch Trudering, genau genommen, Waldtrudering. Bei mir geht's, wie sie das bei uns mit dem Wald in den Wald. Und hier baut sie sich dann hier an. Aber gerade am Südhästel war schon ein paar Drüben in Glück, der vom Wald ist in der Nähe des den Wald und dem Wald gesehen wird. Ja. Schönen Hubbelnig. Hier waren Fassarbeiten. Das sieht ein bisschen unordentlich aus, aber der Weg ist noch komplett in Ordnung. Sehr schön, wie die Sonne hier reinscheint. Toll. Gegnerlicht. Ja. Ach, schütze. Hier ist mir was ins Auge geflogen. Irgendein Insekt. Es brennt. Ja. 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 Das hier ist ein Trail ist auf der Karte nicht markiert. also ein off-grid abschnitt aber sehr schön zu fahren wirklich schön hier vögel piepen das was man da quietschen hört das ist ein problem ich weiß nicht was es ist ob heute anderthalb stunden versuche ich das rauszukriegen, keine ahnung jetzt kommen wir gleich zu einer kiesgrube das ist ein dirtpark im gleich hier unten Okay. Das war's für heute. Das ist ein Schaden, Schau. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.